Moin zusammen und herzlich willkommen zum Kuddel-Muddel-Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es gut. Wie ihr seht, heute mal wieder ein ganz besonderer Podcast, eine besondere Ausgabe. Ich bin alleine. Kuddel-Muddel heißt ja bei mir Vielfalt oder Diversity. Aber wie ihr seht, ich bin ganz alleine, nicht ganz so vielfältig. Ich könnte mir jetzt ein paar Eigenschaften, hätte ich fast gesagt, an den Haaren herbeiziehen, die ich gerade nicht habe. Aber ich mache es einfach mal. Ich bin Oromo. Ich bin ein Mann. Ich bin Norddeutscher. Ich spreche eine Minderheitensprache. Das ist Plattdeutsch. Ich spreche auch eine Mehrheitssprache. Das ist Afan Oromo in Äthiopien. Ich spreche natürlich auch Hochdeutsch. Ich bin evangelisch-lutherisch, also ein Christ, Vater. Mit einigen von euch habe ich etwas gemeinsam. Mit einigen von euch habe ich vielleicht gar nichts gemeinsam. Es ist, wie es ist, ob ihr es gut findet oder nicht. Aber es gibt ja Dinge, die uns unterscheiden. Und es gibt Dinge, die uns verbinden. Und das ist auch gut so. Ich finde, die Dinge, die uns verbinden, sind sehr schön, weil die geben uns Halt, Zusammenhalt. Und Dinge, die uns unterscheiden, machen das Leben interessanter und spannender. Das sind Dinge, wo wir voneinander lernen können und auch einfach unterschiedliche Perspektiven einnehmen können und auch von unterschiedlichen Perspektiven lernen können. Und wenn wir ein bisschen in den nächsten Wochen mal nach vorne schauen, dann werden wir sehen, im April oder der April hat auch so ein bisschen was mit Fasten zu tun in allen drei größeren Religionen, beziehungsweise diese Zeit. Also wir haben das Osterfest, da ist die Fastenzeit nach 40 Tagen vorbei. Wir haben das Fastenbrechen des Ramadan im Islam und wir haben das Pessahfest, das beginnt Ende April. Also alle Feste, die jetzt stattfinden, beziehungsweise stattfinden werden, haben irgendetwas miteinander zu tun, nämlich das Fasten. Das Osterfest, da geht es ja um die Kreuzigung und um die Wiederauferstehung von Jesu Christi. Und Ostern wird dann gefeiert und in diesen 40 Tagen in der Fastenzeit wird zum Beispiel auf Fleisch verzichtet oder auf viele andere. Viele Menschen nehmen das zum Anlass, um auf Social Media zu verzichten oder um weniger zu essen oder um auf andere Dinge zu verzichten, wo sie sonst vielleicht schwer drauf verzichten können. Wir haben zurzeit auch den Ramadan und da gibt es am 9. beziehungsweise am 10. April, wenn ich da richtig liege, das Fastenbrechen. Und da wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet. Da darf also nicht getrunken werden, nicht gegessen werden, nicht geraucht werden und, ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, auch keine sexuellen Aktivitäten vorgenommen werden. Also kein Sex. Alles erst nach Sonnenuntergang. Und es gibt, wie gesagt, das Pessah-Fest vom 22. April bis zum 30. April. Ich hoffe, ich liege da richtig. Und auch dort wird gefastet. Da wird dann an die Zeit erinnert, wo die Israelis von der Sklavenzeit in Ägypten befreit wurden. Alle Fastentraditionen haben auch einen historischen Hintergrund. Im Islam geht es um die Offenbarung des Koran an Mohammed. Und was wir oder die Religionen gemeinsam haben, ist, dass auf der einen Seite in der Fastenzeit auf vieles verzichtet wird. Also eine Zeit der Enthaltsamkeit, der Reinigung, des Verzichtes, des Gebetes auch, des gemeinsamen Gebetes. Und das finde ich sehr faszinierend, dass es in diesen Religionen das gibt. Und das gibt es mit Sicherheit auch noch in vielen anderen Religionen. Ich habe jetzt einfach erst mal die drei Religionen angesprochen. Es gibt ja auch Wak-Efata. Das ist die Religion der Oromo. Da kann ich nicht so richtig viel übers Fasten sagen. Ich bin ja auch kein Religionswissenschaftler. Ich gucke nur so ein bisschen oberflächlich und denke, das ist ja interessant. Es gibt viele Dinge, die uns in dieser Zeit verbinden. Ich habe auch schon einige Male versucht, bzw. ich habe gefastet. Und hin und wieder im Jahr mache ich das auch, dass ich einfach mal sage, ein Tag fasten oder drei oder vier Tage fasten, also nichts essen. Das wäre für mich dann das Fasten. Das kann ja jeder auch nochmal für sich selbst bestimmen, wenn man möchte. Und ich finde das eine spannende Zeit, weil Dinge, die wir gewohnt sind, auf die bewusst zu verzichten, gerade dann, wenn das Verlangen danach kommt, das zu tun, zu essen, zu trinken, zu rauchen oder was auch immer oder Social Media zu nutzen, da bewusst mal drauf zu verzichten und es dann beim nächsten Mal bewusst zu machen, das hat schon etwas ganz Besonderes. Also wer mag und wer das kann und wer das irgendwie hinbekommt, kann es ja mal ausprobieren, je nach Bedürfnis. Ich finde das wirklich total spannend, dass die Religionen auch dort eine Gemeinsamkeit haben, auch im Spirituellen. Und ich finde es immer schön, gerade in dieser Zeit zu gucken, was verbindet uns eigentlich? Was haben wir eigentlich gemeinsam? Wo gibt es Dinge, die wir bei anderen Personen sehen und denken, ach, guck mal, hätte ich gar nicht gedacht, dass diese Person auch etwas hat, was ich auch habe, worüber wir uns austauschen können, wo wir vielleicht eine gemeinsame Basis haben, wo wir ähnliche Perspektiven haben. Es ist nicht immer nur gut, dieselben Perspektiven zu haben. Manchmal ist es ja auch gut, eine andere Perspektive zu haben, um sich austauschen zu können, um kreativer zu sein, um Probleme zu lösen oder um einfach eine andere Seite zu haben. Manchmal hilft es uns auch einfach so, im Konflikt mal die andere Seite zu sehen, um unsere Seite dann anders reflektieren zu können. Also das ist Kuddelmuddel. Das ist aus meiner Sicht Diversität und ja, ist auch nicht immer leicht. Und manchmal ist es auch ziemlich schwer, andere Perspektiven und andere Meinungen, andere Standpunkte auszuhalten. Und da kommt wieder mein Lieblingswort ins Spiel, die Ambiguitätstoleranz. Ja, darin können wir uns in dieser Zeit auch üben. Wir können ja mal üben, auf Streiten zu verzichten. Streiten, Fasten. Was ich auch gerne mache übrigens ist, auf Kaffee zu verzichten. Ich faste dann sozusagen, was Kaffee angeht und fahre meinen Koffeinkonsum komplett runter auf Null. Die erste Zeit ist es schwer, aber irgendwann gewöhne ich mich dran und dann den ersten Schluck Kaffee zu trinken. Das ist schon was ganz Besonderes. Wasser trinke ich auch sehr gerne. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr fastet, wie ihr fastet, worauf ihr verzichtet. Wie ihr über Kuddelmuddel denkt, wie ihr, vielleicht habt ihr auch Ideen, wie wir in dieser Zeit das Gemeinsame finden können, das, was uns verbindet. Vielleicht habt ihr eine Meinung zur Ambiguitätstoleranz. Wie denkt ihr darüber? Wie schwer fällt es euch, Widersprüche, Gegensätze auszuhalten und zu tolerieren oder vielleicht auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, wir sind unterschiedlich. Nützt ja nichts. Das sind alles Gedanken, mit denen können wir uns beschäftigen, wenn wir vielleicht fasten, wenn wir einkehren, wenn wir vielleicht meditieren, wenn wir mit uns alleine sind. Wir können uns auch darüber austauschen, mit anderen Personen, wie sie darüber denken und vielleicht einfach mal deren Perspektive einfach stehen lassen, ohne sie zu bewerten. Vielleicht versuchen, sie zu verstehen und nachzuvollziehen, auch wenn wir sie nicht gut finden. Das sind meine Gedanken für die nächste Zeit. Also ich wünsche euch allen eine gute Fastenzeit weiterhin auf den letzten Metern sozusagen bis nach Ostersonntag. Für die, die sich im Ramadan befinden, alles Gute und am Ende natürlich auch ein schönes Fastenbrechen. Und für diejenigen, die das Pessah-Fest begehen, am Ende des Monats am 22. April bis zum 30. April wünsche ich auch alles Gute und bleibt gesund und munter.